Nein, nein und dreimal nein. Das deutsche Volk hat mit dieser nun offenbar gewordenen musikdramatischen Affenschande nichts gemein. Und sollte es an dem falschen Golde des Nibelungenrings einmal wahrhaftes Wohlgefallen finden, so wäre es durch diese bloße Tatsache ausgestrichen aus der Reihe der Kulturvölker des Abendlands. So lautete im Jahre 1876 die gnadenlose Abrechnung des Wiener Föhetonisten und Theaterkritikers Ludwig Speidel, nachdem in Bayreuth die ersten Wagner-Festspiele mit der Gesamtaufführung der Tetralogie des Nibelungenrings stattgefunden hatte. Die rüden Worte des Kritikers zeigen deutlich, wie sehr Richard Wagner, der egozentrische Schöpfer des musikalischen Dramas, die Musikwelt bereits zu seinen Lebzeiten polarisiert hat. Maßlos in seinen Bedürfnissen und kompromisslos in seinen Forderungen an all jene, die ihn umgaben, hatte er stets nur das eine Ziel vor Augen, die künstlerische Vereinigung von dramatischer Dichtung und musikalischer Komposition. Geburtsstunde Am 22. Mai 1813 wird Wilhelm Richard Wagner in Leipzig geboren. Er ist das neunte Kind des Polizeiaktuarius Karl Friedrich Wagner und seiner Frau, der Bäckerstochter Johanne Rosine Wagner, geborene Petz. Als der Vater des kleinen Richard sechs Monate nach dessen Geburt am 23. November 1813 an Typhus stirbt, steht seine Mutter plötzlich und unerwartet allein mit ihren neuen Kindern da. Es mag daher nicht verwundern, dass sie bereits im August des darauffolgenden Jahres 1814 erneut heiratet. Ihr zweiter Mann und nunmehr Stiefvater von Richard Wagner ist der Schauspieler und Dichter Ludwig Geier, der sich der Familie nach dem Tod des Vaters angenommen hat. Das neue Familienoberhaupt fügt sich sehr gut in die Familie ein und wird von den Kindern ohne weiteres akzeptiert. Insbesondere zwischen dem kleinen Richard und dem Stiefvater entwickelt sich eine tiefe Zuneigung. Es gibt Gerüchte, dass Ludwig Geier sogar der leibliche Vater von Richard Wagner sein soll, da er schon seit Jahren als enger Freund in der Familie ein- und ausgeht. Doch dies sind eben nur Gerüchte, einen Beweis dafür kann niemand erbringen. Noch im gleichen Jahr, in dem Wagners Mutter wieder geheiratet hat, zieht die gesamte Familie mit ihrem neuen Oberhaupt nach Dresden um. Hier wird am 16. Februar 1815 Richard Wagners Halbschwester Cecilie geboren. Die darauffolgenden Jahre im Leben Richard Wagners verlaufen ruhig und harmonisch. Im Jahre 1817 wird er eingeschult und zeigt sich als aufmerksamer und ehrgeiziger Schüler. Doch im Jahr 1821 schlägt das Schicksal erneut zu. Richards Stiefvater Ludwig Geier erkrankt schwer und stirbt schließlich am 30. September 1821 in Dresden. Richard ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und der Verlust der für ihn so wichtigen Bezugsperson macht ihm sehr zu schaffen. Ab Dezember 1822 besucht Richard Wagner die Kreuzschule in Dresden. Hier erlebt er eine Aufführung des Freischütz, die ihn zutiefst beeindruckt. Zum einen ist es der Zauber des Werkes, zum anderen aber auch das Bild des Dirigenten, das ihn bewegt. Sein Name ist Karl Maria von Weber und er wird zum großen Idol des jungen Wagners. Auch er will eines Tages die leitende Rolle in einer solch beeindruckenden Vorstellung spielen. Lehrjahre. Ein weiteres großes Interesse Richard Wagners gilt der Literatur. Im Alter von nur 13 Jahren entdeckt er E.T.A. Hoffmann und Shakespeare. Inzwischen ist die Familie erneut umgezogen und lebt nun wieder in Leipzig. Seine Vorliebe für die romantische Kunst nimmt stetig zu und so schreibt Richard Wagner schließlich selbst ein Gymnasiastendrama im Stil der Ritterstücke mit dem Titel Leubald. Zwar findet dieses frühe Werk Richard Wagners durchaus Beachtung, allerdings vernachlässigt er dadurch den Unterricht. Er wird an die Nikolaischule versetzt und eine Klasse zurückgestuft. Während ihm die Lust an der Schule mehr und mehr vergeht, stürzt er sich in ein autodidaktisches Studium der Musik und der musikalischen Komposition. Daneben erwerbt er in einigen Theoriestunden die erforderlichen Kenntnisse über die Grundzüge des kompositorischen Handwerks. Im Alter von 16 Jahren erlebt Richard Wagner die berühmte Wilhelmine Schröder de Viron in Beethovens Fidelio. Von diesem Augenblick an steht für ihn fest, dass er Musiker werden will. Er selbst beschreibt dieses Erlebnis später mit folgenden Worten. Dieses Bild floss mit dem Shakespeare's in mir zusammen. In ekstatischen Träumen begegnete ich beiden, sah und sprach sie. Beim Erwachen batete ich in Tränen. Gemeint sind Beethoven der Musiker und Shakespeare der Dramatiker. Schon hier zeigt sich deutlich, dass für Richard Wagner Dichtung und Musik untrennbar ineinander übergehen. Seit seines Lebens wird er darum kämpfen, sowohl dem Dramatiker als auch dem Musiker in sich die angemessene Geltung zu verschaffen. Obwohl Richard Wagner, der von der Nikolaischule nochmals wechseln musste, schließlich die Thomasschule in Leipzig ohne Reifeprüfung verlässt, erhält er im Jahr 1831 die Erlaubnis, sich an der Leipziger Universität als Studierender der Musik einzuschreiben. Schon nach kurzer Zeit komponiert er erste Sonaten wie ein Streichquartett und versucht sich erstmals an einer Oper mit dem Titel Die Hochzeit. Das Werk wird allerdings für immer unvollendet bleiben. Zu dieser Zeit spielt neben der dramatischen und der musikalischen Kunst ein drittes Element eine entscheidende Rolle im Leben Richard Wagners, nämlich das der Politik. Er ist ein glühender Anhänger der Julirevolution und der polnischen Unabhängigkeitsbewegung. Seine Lektüre ist inzwischen fast ausschließlich durch die jungdeutschen Prinzipien bestimmt. Die revolutionären Ideen dieser Bewegung, die sich Junges Deutschland nennt, sind vom Zeitgeist des Vormärz geprägt und werden durch den Schriftsteller und Publizisten Heinrich Laube an den jungen Richard Wagner herangetragen. Heine, Börner und Büchner sind weitere Namen, die für die jungdeutsche Bewegung stehen. Frühes Schaffen Im Jahre 1833 erhält Richard Wagner eine Anstellung als Chorleiter am Würzburger Theater. Hier beginnt er sogleich mit der Arbeit an seinem ersten durchkomponierten Operntext, der den Titel Die Feen trägt. Kurz darauf wird er als Kapellmeister nach Magdeburg berufen und hier entsteht in den folgenden Jahren seine erste große Oper mit dem Titel Das Liebesverbot. Sie zeugt in aller Deutlichkeit von Wagners Begeisterung für die jungdeutsche Bewegung, denn sie propagiert mit dem Prinzip der Liebesfreiheit einen der revolutionären Grundgedanken des jungen Deutschland. Das Liebesverbot wird am 29. März 1836 in Magdeburg-Uhr aufgeführt. Auch in der Folgezeit sind die Werke des jungen Musikers von seinen politischen Anschauungen und der Anteilnahme an den großen Freiheitsbewegungen dieser Epoche geprägt. In Berlin komponiert er die Polonia-Overtüre, die Britannia-Overtüre und die Napoleon-Overtüre. Von Berlin aus reist Richard Wagner schließlich nach Königsberg, wo ihm eine Anstellung als Musikdirektor in Aussicht gestellt ist. Am 24. November 1836 heiratet er hier in Königsberg die Schauspielerin Minna Planer, die er zwei Jahre zuvor in Magdeburg kennengelernt hat. Minna ist vier Jahre älter als Richard Wagner und beeindruckt den jungen Mann durch ihr souveränes Auftreten. Am 1. April 1837 wird Richard Wagner wie geplant Musikdirektor in Königsberg. Allerdings bricht der Theaterbetrieb nur kurze Zeit später durch die Misswirtschaft der Direktion zusammen. Ohne feste Anstellung gerät Wagner zusehends in finanzielle Not. Er macht Schulden, wo er nur kann und ist bald nirgends mehr vor seinen zahlreichen Gläubigern sicher. Deshalb nimmt er im Juni des Jahres 1837 eine Dirigentenstelle in Riga an, wo er sich zunächst sicher fühlt. Hier entstehen im Jahr 1838 sowohl der Text als auch der Anfang der Partitur zu seinem Werk mit dem Titel Rienzi. Doch auch die Stelle in Riga ist nicht von langer Dauer und schon im Jahre 1839 muss Richard Wagner ein weiteres Mal die Koffer packen. Aus Furcht vor seinen Gläubigern, denen er nach wie vor hohe Summen schuldet, überschreitet Richard Wagner zusammen mit seiner Frau heimlich die russisch-ostpreußische Grenze und setzt sich auf einem kleinen Segelschiff mit Namen Thetis nach London ab. Die stürmische Überfahrt beschert dem Künstler erste Inspirationen für sein späteres Werk mit dem Titel Der fliegende Holländer. Von London aus begibt sich das Paar schließlich nach Paris. Hungerjahre in Paris In Paris nimmt Richard Wagner sogleich Kontakt zu Jakob Meyerbeer auf, dem berühmten deutschen Komponisten und Dirigenten, der ihm zur Aufführung des Rienzi in Paris verhelfen soll. Doch in Paris erwartet ihn niemand mit offenen Armen. Stattdessen erlebt Richard Wagner hier regelrechte Hungerjahre und sieht die Kritik der revolutionären Bewegung an der sogenannten giftigen Geldwirtschaft mehr als bestätigt. Dem Elend des Volkes steht eine dekadente Prachtentfaltung der herrschenden Bankiers gegenüber. Während er selbst in aller Bewusstheit Schüler und Verehrer der klassischen deutschen Kunst und Musik ist, findet er sich hier in Paris inmitten eines Kunstbetriebes wieder, der alle Kunst in Ware zu verwandeln strebt. Andererseits lernt Richard Wagner in Paris zahlreiche Menschen kennen, die seinen weiteren Weg und seine Entwicklung entscheidend beeinflussen. Dazu gehört Heinrich Heine, ebenso wie Franz List. Auch die Beschäftigung mit Ludwig Feuerbachs atheistischer Philosophie und den Theorien des französischen Frühsozialisten und frühen Theoretikers des modernen Anarchismus Pierre-Joseph Proudhon hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck bei Richard Wagner. Wie sehr ihn insbesondere die atheistischen Thesen prägen, wird sich später bei seinen ersten Aufzeichnungen zum Nibelungen-Drama zeigen und auch in einem Brief, den er etwa in zehn Jahren an einen Freund schreibt. Bringt mir von Édouard de Viron das Geständnis, dass er den lieben Gott und die Unsterblichkeit der Seele fahren lasse, so will ich an ihn glauben. Wo nicht, so muss all sein Wissen und Wollen nur darauf hinausgehen, den lieben Gott und die Fortdauer der Seele nach dem Tode zu konservieren. Was aber habe ich mit solch einem Menschen zu tun? Und was soll Wahrhaftiges an ihm sein, als seine Feigheit und Schwäche? Eine weitere wichtige Bekanntschaft, die Richard Wagner in Paris macht, ist die mit Heinrich Heine. Es sind seine Texte, die ihm als Vorlage für seine späteren Werke Tannhäuser und der fliegende Holländer dienen werden. Hofkapellmeister in Dresden Im Jahre 1842 verlässt Richard Wagner Paris und kehrt nach Dresden zurück. Hier soll im Herbst endlich der Rienzi aufgeführt werden. Neben den Vorbereitungen für die Uraufführung arbeitet Richard Wagner bereits an den ersten Entwürfen für den Tannhäuser. Die Uraufführung des Rienzi findet am 20. Oktober 1942 in der Dresdner Hofoper statt und ist ein ungeheurer Erfolg. So nimmt es nicht Wunder, dass Richard Wagner am 1. Februar 1943 mit lebenslangem Vertrag als königlich-sächsischer Kapellmeister angestellt wird. Damit ist er der Nachfolger des großen Karl Maria von Weber in Dresden. Es ist eben jener Dirigent, den sich Wagner damals zum Vorbild nahm, als er zum ersten Mal den Freischütz sah. Der Traum eines Jungen ist in Erfüllung gegangen. In den folgenden Monaten arbeitet Richard Wagner unermüdlich an der Fertigstellung des fliegenden Holländers, der seine erste große Oper werden soll. Den Stoff zu diesem Werk liefert ein Text von Heinrich Heine mit dem Titel »Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelowski«, der 1831 entstanden und drei Jahre später veröffentlicht worden ist. Am 2. Januar 1843 ist es schließlich soweit. Der fliegende Holländer »Romantische Oper in drei Akten« von Richard Wagner erlebt am königlich-sächsischen Hoftheater zu Dresden seine erste Aufführung. Doch das Publikum reagiert verhalten. Zwar wird das Werk nicht verrissen, jedoch die Begeisterung wie beim vergötterten Rienzi bleibt aus. Ein persönlicher Erfolg des Komponisten ist dagegen auch beim fliegenden Holländer erreicht. Die weibliche Hauptrolle singt Wilhelmine Schröder de Viron, die den 16-jährigen Wagner einst im Fidelio zu Tränen rührte. Ein weiterer Jugendtraum Wagners hat sich damit erfüllt. Nachdem »Der fliegende Holländer« aufgeführt ist, widmet sich Richard Wagner der Ausarbeitung seiner Tannhäuser-Entwürfe. Ähnlich wie beim Holländer, der wesentlich von einem Reiseerlebnis inspiriert ist, spielen auch beim Tannhäuser jene Eindrücke eine Rolle, die Wagner während seiner Rückkehr von Paris nach Dresden im Jahre 1842 gesammelt hat. In seinem späteren Werk »Mein Leben« wird Wagner über diese Reise Folgendes berichten. Einen wirklichen Lichtblick gewährte mir die Begegnung der Wartburg, an welcher wir in der einzigen sonnenhellen Stunde dieser Reise vorbeifuhren. Der Anblick des Bergschlosses, welches sich, wenn man von Fulda herkommt, längere Zeit bereits sehr vorteilhaft darstellt, regte mich ungemein warm an. Einen Seitab von ihr gelegenen ferneren Bergrücken stempelte ich sogleich zum Hörselberg und konstruierte mir so in dem Tal dahinfahrend die Szene zum dritten Akte meines Tannhäusers, wie ich sie seitdem als Bild in mir festhielt und später dem Pariser Dekorationsmaler Despléchins mit genauer Angabe meines Planes zur Ausführung anwies. Hatte es mich bereits sehr bedeutungsvoll gemahnt, dass ich jetzt erst auf der Heimreise von Paris den sagenhaften Deutschen Rhein überschritt, so düngte es mich eine weissagungsvolle Beziehung, dass ich die so Geschichte und mythenreiche Wartburg eben jetzt zum ersten Mal leibhaftig vor mir sah. Am 19. Oktober 1845, drei Jahre nach der Rienzi-Premiere, wird der Tannhäuser ebenfalls in der Sächsischen Hofoper zu Dresden aufgeführt. Wieder singt Wilhelmine Schröder-DeViron die hochdramatische weibliche Hauptrolle der Venus. Zwar handelt es sich um eine eher undankbare Rolle, doch Madame Schröder-DeViron glaubt fest an das Genie Richard Wagner. Die Elisabeth wird von einer Nichte Richard Wagners gegeben. Und die äußerst schwierige und bis heute von Sängern gefürchtete Partie des Tannhäuser singt der Tenor Tichacek. Dass es wiederum nur zu einem Achtungserfolg reicht und sein Werk keine Begeisterungsstürme entfacht, dafür macht Richard Wagner diesmal den Tenor verantwortlich, der in seinen Augen versagt hat. Der Anspruch und zugleich die Problematik der Wagner-Opern besteht darin, dass sie von den Sängern ganz neue Darstellungs- und Gesangsweisen abverlangen, mit denen sich die meisten von ihnen schwer tun. So verwundert es nicht, dass auch die weiteren Tannhäuser-Aufführungen an anderen Orten nur mit mäßigem Beifall aufgenommen werden. Von diesem Unvermögen der Künstler sichtlich entnervt, äußert sich Wagner schließlich in einem Aufsatz mit dem Titel über die Aufführung des Tannhäuser eine Mitteilung an die Dirigenten und Darsteller dieser Oper. Es liegt auf der Hand, dass geistvolle dramatische Kompositionen auf diese Weise bis zur vollsten Unkenntlichkeit verstümmelt werden müssen. Es ist aber auch ebenso gewiss, dass selbst die seichtesten modernen italienischen Opern in der Darstellung außerordentlich gewinnen würden, wenn dabei jener Zusammenhang, der selbst in diesen Opern, obgleich nur in den groteskesten Zügen noch vorhanden ist, zur Geltung käme. Ich erkläre aber, dass eine dramatische Komposition wie mein Tannhäuser, deren einzige Wirkungsmöglichkeit lediglich in jenem Zusammenhange zwischen Szene und Musik beruht, geradewegs umgebracht wird, wenn das von mir gerügte Verfahren der musikalischen und szenischen Dirigenten bei der Darstellung seine Anwendung erhält. Ich ersuche daher die musikalischen Dirigenten, denen Neigung oder Auftrag die Aufgabe zuwies, mein Werk aufzuführen, die Partitur zunächst nicht anders zu lesen als mit der genauesten Beachtung der Dichtung und endlich der besonderen zahlreichen Angaben für die szenische Darstellung. Mit der Premiere des Tannhäuser formieren sich allmählich die Fronten zwischen Anhängern und Gegnern des Komponisten Richard Wagners, dessen Bekanntheit und Beliebtheit von nun an allmählich zunimmt. Der Komponist selbst arbeitet inzwischen bereits an einem neuen Werk, das den Titel Lohengrin trägt. Den ersten Entwurf dazu skizziert er im Jahre 1845 in Marienbad. Hier notiert er außerdem erste Ideen unter dem Titel Die Meistersinger von Nürnberg. Beim dramatischen Aufbau des Lohengrin bedient sich Wagner erstmals ausdrücklich des Wechselspiels von Tag- und Nachtszenen. Hier erscheint zum ersten Mal die Szenerie des nächtlichen Mittelaktes, wie sie später auch für den Aufbau der Werke Tristan und Isolde und die Meistersinger maßgebend sein wird. Die musikalische Ausarbeitung des Lohengrin erfolgt vom Ende her. 1846 komponiert Wagner den dritten Akt, 1847 den Schlussakt und anschließend den ersten und zweiten Akt der Oper. Erst als im August 1847 die eigentliche Opernmusik vorliegt, entsteht das Vorspiel. Franz Liste, inzwischen ein enger Freund Richard Wagners ist, beschreibt die eigentümliche musikalische Struktur dieser Oper mit folgenden Worten. Die Musik dieser Oper hat als Hauptcharakter eine solche Einheit der Konzeption und des Stils, dass es in derselben keine melodische Phrase und noch viel weniger ein Ensemble-Stück oder überhaupt irgendeine Stelle gibt, welche getrennt vom Ganzen in ihrer Eigentümlichkeit und in ihrem wahren Sinn verstanden werden kann. Alles verbindet, alles verkettet, alles steigert sich. Alles ist mit dem Gegenstand auf das engste verwachsen und kann nicht von demselben losgelöst werden. Politische Unruhen Im März des Jahres 1848 ist der Lohengrin zwar fertiggestellt, doch um die Aufführungsmöglichkeiten an der Dresdner Oper steht es schlecht. In der Zwischenzeit ist außerdem die Wiederaufnahme des Rienzi misslungen und der Tannhäuser bringt nicht den gewünschten Erfolg. Mit der Intendanz der Dresdner Hofoper gerät Richard Wagner zunehmend in Streit, weil er am Theater eine Alleinherrschaft anstrebt und sich unfähig zeigt, andere Künstler, so groß ihr Ruhm auch sein mag, neben sich zu dulden. Als der Dramatiker Karl Gutzko an das sächsische Hofschauspiel berufen wird, setzt Wagner alle Hebel in Bewegung, um dessen Kompetenzen so weit wie möglich einzuschränken. Gutzkoff soll nach Wagners Willen von jedweder Einflussnahme auf die Oper und ihren Spielplan ausgeschlossen werden. Offen tritt Wagner für eine Berufung Heinrich Laubes anstelle von Karl Gutzko ein. Als im Frühjahr 1848 die Revolution ausbricht, stellt sich Richard Wagner aktiv auf die Seite der Aufrührer. Er lernt August Röckel kennen, der nach vorübergehender Inhaftierung als eifriger Publizist und sozialistischer Agitator tätig ist. Wagner setzt sich leidenschaftlich für Röckels Ziele ein, mit zwei Ausnahmen. Die Abschaffung der Ehe und die Gleichheit aller arbeitenden Menschen ohne Sonderregelung für Künstler. Und eine weitere Bekanntschaft macht Richard Wagner in dieser Zeit, die ihn sowohl menschlich als auch gedanklich zutiefst beeindruckt. Er trifft Michael Alexandrovich Bakunin, der Vermögen, Adelstitel und Offizierspatent in Russland zurückgelassen hat, um sich ganz und gar der Revolution in Europa zu verschreiben. Gemeinsam mit seinen revolutionären Gefährten, zu denen sich schließlich noch der berühmte Schriftsteller Georg Herweg gesellt, nimmt Richard Wagner am bewaffneten Aufstand in Dresden teil, der am 4. Mai 1849 ausbricht. Hof und Regierung flüchten zunächst in die Festung Königstein, wo sie preußische Truppen zur Hilfe rufen. Am Nachmittag des 6. Mai beginnt der Straßenkampf und bereits am nächsten Morgen dringen die regierungstreuen Truppen in die Innenstadt von Dresden ein. Die Wirkungsstätte Richard Wagners, das alte Opernhaus, geht in Flammen auf. Die Revolutionäre ziehen sich ins Erzgebirge zurück. Unter ihnen ist auch Gottfried Semper, der Architekt, dessen Barrikade sich als besonders widerstandsfähig erwiesen hat. Am 9. Mai 1849 zieht sich auch Richard Wagner zusammen mit seiner Frau Minna ins Erzgebirge zurück, wo er auf Bakunin trifft. Gemeinsam beschließen die Aufständischen, nach Chemnitz zu gehen, um sich dort neu zu formieren. Während sich die meisten sofort auf den Weg machen, trifft Wagner erst in der Nacht in Chemnitz ein, wo er erfährt, dass seine Komplizen bereits verhaftet wurden. Im Schutz der Dunkelheit bleibt er selbst unerkannt und flieht zunächst nach Weimar. Das Exil. Bei seinem Freund Franz List findet Wagner für eine Weile Unterschlupf. List empfiehlt ihm, nach Frankreich zu gehen und gibt ihm Geld für die Reise. Über Jena, Coburg, Rudolstadt und Lichtenfels gelangt Richard Wagner schließlich nach Lindau und überquert den Bodensee. Am Morgen des 28. Mai 1849 betritt er in Rorschach, Schweizer Boden, und schreibt sofort an seine Frau Minna. »Mein liebestreues Weib, glücklich bin ich auf dem Schweizer Boden angekommen. Ich hoffte, dir schon einen Tag früher von hier aus zu schreiben zu können, leider ging die Reise aber sehr langsam vonstatten, viel Aufenthalt und so weiter. In Lindau wurde einzig der Pass verlangt und ohne Umstände nach der Schweiz visiert. Heute früh fuhr ich von Lindau über den Bodensee hierher, und in einer halben Stunde geht es weiter nach St. Gallen und Zürich. In Zürich gedenke ich mir etwas Ruhe zu gönnen, um dir zugleich auch ausführlicher schreiben zu können. Ich bin im Sichern. Gott erhalte dich bei guten Mute. Von Zürich aus reist Richard Wagner nach Paris weiter. Doch seine Hoffnungen, dass er diesmal an der Pariser Oper erfolgreich sein kann, zerschlagen sich bald. Auch hier ist die Revolution zu Ende. Auch hier geht man zur Tagesordnung über, und die Welt der Bankiers folgt den gleichen Spielregeln wie zuvor. Verbittert schreibt er sechs Monate später im November 1849 an einen Freund. Acht Tage in Paris genügten, um mich über den gewaltsamen Irrtum aufzuklären, in den ich hineingeworfen worden war. Erlass es mir, die hier umständlich über die empörende Nichtswürdigkeit des Pariser Kunstreibens, namentlich auch was die Oper betrifft, mich auszulassen. In den letzten Jahrzehnten sind unter Meyerbeers Geldeinflüsse die Pariser Opernkunstangelegenheiten so stinkend scheußlich geworden, dass sich ein ehrlicher Mensch nicht mit ihnen abgeben kann. Trotzdem sich Liszt Sekretär Belloni, ein äußerst gewandter, terrainkundiger und dabei sehr gutmütiger Mensch, der Angelegenheit auf ganz glückliche Weise angenommen hat, trotzdem ihr mir einen Dichter Gustav Ves, gegenwärtig Präsident der Kommission d'Auteurs zugestellt hat, der von mir den Plan zu einer Operndichtung erwartet, um das Buch sogleich mir zu liefern und zur Annahme für mich von Seiten der Direktion der großen Oper zu bringen, so bin ich doch auf das Festeste überzeugt, dass ich nun und nimmermehr dazu gelangen werde, eine Oper von mir an der Akademie wirklich zur Aufführung zu bringen, wenigstens nicht unter den jetzigen Verhältnissen, bei dem dort jetzt herrschenden Geiste und unter dem jetzigen Regime. Wie es jetzt steht, hält Meyerbeer alles in seiner Hand, das heißt in seinem Geldsacke. Und der Pool der zu durchschreitenden Intrigen ist zu groß, dass ganz andere und püffigere Kerle wie ich es längst aufgegeben haben, sich in einen Kampf einzulassen, bei dem einzig das Geld den Ausschlag gibt. Richard Wagner beschließt, sich am Züricher See niederzulassen, wo er mit seiner Frau Minna einen Hausstand einrichtet. Nun wiederholt sich für ihn die missliche Lage seiner ersten Pariser Zeit, er verfügt über kein geregeltes Einkommen, fühlt sich unverstanden und ist vollständig von seinen Gönnern abhängig. In dieser Zeit verfasst Richard Wagner mehrere theoretische Schriften über seine bisherigen künstlerischen Erfahrungen, wie zum Beispiel »Die Kunst und die Revolution«, »Das Kunstwerk der Zukunft« und das wohl bedeutendste Werk seiner kunsttheoretischen Bücher mit dem Titel »Oper und Drama«. Auf einer Reise nach Frankreich trifft Richard Wagner die Engländerin Jessie Taylor, die ihn bereits in Dresden einmal besucht hat und nun als Jessie Lossot mit ihrem Ehemann Eugène Lossot in Bordeaux lebt. Zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Affäre, die sogar so weit geht, dass Wagner bereit ist, mit seiner Geliebten nach Griechenland zu entfliehen. Doch sowohl Wagners Ehefrau Minna als auch der Ehemann von Jessie vereiteln dieses Vorhaben. Und so ist diese Affäre letzten Endes nicht mehr als der Anfang von einigen weiteren, die Richard Wagner mit verheirateten Frauen haben wird. Als am 28. August 1850 endlich sein drittes Werk »Lohengrin« in Weimar Uhr aufgeführt wird, setzt in der Folge auch dank der nachdrücklichen Werbung durch Franz List ein erster allgemeiner Ruhm des Opernkomponisten Richard Wagner ein. Nur drei Jahre später, im Mai 1853, werden zu seinem 40. Geburtstag im Züricher Stadttheater erste Wagner-Festspiele veranstaltet. Hier kann Richard Wagner erstmals selbst Ausschnitte der Lohengrinmusik dirigieren. In diesen Züricher Tagen entsteht zunächst die Dichtung des Nibelungenrings und schließlich auch die Komposition. Vom Urbeginn des Rheingoldvorspiels über die Walküre bis zum Einklang des jungen Siegfried mit der Waldesnatur. Dabei vollzieht sich in Richard Wagners Schaffen die Entfaltung seiner über Jahre unterdrückten Kreativität als Komponist in beeindruckender Weise. Die Dichtung des Nibelungenrings ist im Herbst 1852 vollendet. Die Komposition des Rheingolds gelingt in nur drei Monaten von November 1853 bis Januar 1854. Und im gleichen Jahr 1854 entsteht die Walkürenmusik. Im Jahre 1855 dirigiert Richard Wagner acht große Frühjahrskonzerte der Londoner Philharmonischen Gesellschaft in England, um sich anschließend sogleich wieder mit dem Nibelungenring zu befassen. Er beendet die Arbeit an der Walküre im Herbst 1855 und verfasst die ersten beiden Akte des Siegfried von September 1856 bis Juli 1857. Neben der künstlerischen Arbeit gibt es auch wieder neue philosophische Einflüsse, die den ehemaligen Revolutionär in dieser Zeit prägen, und zwar in Form des Werkes »Die Welt als Wille und Vorstellung« von Arthur Schopenhauer. Vor dem Hintergrund der schopenhauerischen Philosophie und einer weiteren bedeutungsvollen Bekanntschaft entstehen die ersten Entwürfe zu seinem nächsten großen Werk mit dem Titel »Tristan und Isolde«. Auf dem grünen Hügel Die Bekanntschaft, die das Leben von Richard Wagner in den folgenden Jahren grundlegend beeinflussen wird, ist die mit Mathilde Wesendonk, der Gattin eines seiner Gönner. Die Wesendonks leben in einem großzügigen Anwesen auf dem grünen Hügel außerhalb von Zürich und gehören zu einem ausgewählten Züricher Kreis, der sich regelmäßig zu feinen Gesellschaften trifft. Es handelt sich bei diesem Kreis in erster Linie um deutsche Revolutionsemigranten und angesehene Schweizer Bürger, zu denen neben den Wesendonks und Richard Wagner auch Gottfried Keller und Gottfried Semper gehören. Als Mathilde und Otto Wesendonk Richard Wagner im April 1857 einladen, bei ihnen auf dem grünen Hügel zu leben, um dort in Ruhe arbeiten zu können, nimmt Wagner dankend an und zieht in ein kleines Haus, das auf dem Nachbargrundstück eingerichtet ist. Seinen Umzug beschreibt er in einem Brief an Franz List im Mai 1857 wie folgt. Ich habe eine üble Zeit hinter mir, die nun allerdings einem recht angenehmen Zustande zu weichen scheint. Seit zehn Tagen haben wir das bewusste Landgütchen neben der Wesendonkschen Villa bezogen, das ich der wirklich großen Teilnahme dieser befreundeten Familie verdanke. Zuvor aber sollte mir noch manche Not erwachsen. Die Einrichtung des Häuschens, die übrigens sehr nett und mir entsprechend ausgefallen ist, bedurfte langer Zeit, sodass wir mit dem Auszuge gedrängt waren, ehe die Möglichkeit des Einzuges zustande kam. Nun wurde auch meine Frau krank, sodass ich sie immer nur von in jeder Einmischung abzuhalten und dafür alle Auszugsmühe selbst und allein zu übernehmen hatte. Nun ist aber alles überstanden. Alles steht am Platz, wo es stehen soll. Mein Arbeitszimmer ist mit der dir bekannten Pedanterie und eleganten Behaglichkeit hergerichtet. Der Arbeitstisch steht an den großen Fenster mit dem prachtvollen Überblick des Sees und der Alpen. Ruhe und Ungestörtheit umgibt mich. Ein hübscher, bereits sehr gut gepflegter Garten bietet mir Raum zu kleinen Promanten und Ruheplätzchen und meiner Frau die angenehmste Beschäftigung und Abhaltung von Grillen über mich. Namentlich nimmt ein größerer Gemüsegarten ihre zärtlichste Sorge in Beschlag. Während die Ehe der Wesendongs durchaus intakt ist, kann man das gleiche von der zwischen Richard und Minna Wagner geschlossenen nicht behaupten. Die schwer herzkranke Minna muss sich immer wieder zu längeren Kuraufenthalten fortbegeben, wodurch sich die Eheleute zusehends entfremden. Auch kann Minna durch ihre angeschlagene Gesundheit mit dem Erfolg und dem Lebenstempo ihres Mannes nicht Schritt halten. Die äußerst attraktive Mathilde Wesendong hingegen ist kultiviert, musikalisch sehr begabt und empfänglich für Wagners Dichtung von spätromantischer Art. Eine leidenschaftliche Affäre nimmt ihren Anfang. Es ist die zweite Frau eines Gönners von Richard Wagner, mit der er Ehebruch begeht. Fast ein Jahr lang dauert das Asyl Wagners auf dem grünen Hügel. Während Minna verreist, gibt sich Richard Wagner hemmungslos der schwärmerischen Beziehung mit Mathilde Wesendong hin. Otto Wesendong weiß um das Verhältnis seiner Frau mit Wagner, doch er schweigt und zieht sich zurück. Als Minna Wagner jedoch von der Affäre erfährt, macht sie ähnlich wie im Falle Jesse Lusso all ihren Einfluss geltend und erreicht schließlich die Trennung der Liebenden. Im August des Jahres 1858 ziehen die Wagners aus dem Nachbarhaus der Villa Wesendong aus. Der Nibelungenring ist bis zum zweiten Akt des Siegfried abgeschlossen, auch die Komposition von Tristan und Isolde steht bis zum zweiten Akt. Darüber hinaus hat Wagner in einem ersten Entwurf die Dichtung für sein nächstes Werk mit dem Titel Parsival skizziert. Mit dem Auszug bei den Wesendongs ist für Richard Wagner nicht nur die Sesshaftigkeit in Zürich gescheitert, sondern auch seine Ehe mit Minna Plana. Die Fertigstellung von Tristan und Isolde in der darauffolgenden Zeit ist geprägt von diesen Ereignissen und macht sein Werk zu einem Zeugnis der Klassik und Romantik, das Tragödie und Epos auf kühne und neue Weise verbindet. Wanderschaft Das Ende der Geborgenheit auf dem grünen Hügel ist zugleich der Beginn einer langjährigen Wanderschaft und Rastlosigkeit Richard Wagners. Die Musik zu Tristan und Isolde entsteht in Venedig und Luzern. In Paris arbeitet Wagner an seinem Projekt mit dem Titel Die Meistersinger von Nürnberg. Gleichzeitig wächst der Ruhm seiner früheren Werke und auch der Erfolg des Dirigenten Wagner nimmt langsam die Form von Weltruhm an. Er gastiert in London und Paris, in St. Petersburg, Moskau, Prag und Wien. Doch so erfolgreich sie auch sein mögen, es sind dies Jahre der Rastlosigkeit, denn dem Leben Richard Wagners fehlt der Mittelpunkt, der Ruhepol, aus dem er Kraft schöpfen könnte. Als sich schließlich im Jahre 1861 einige deutsche Fürsten zusammenfinden, um Richard Wagner die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen, geht sein Exil zumindest teilweise zu Ende. Zwar verwehrt König Johann von Sachsen ihm die Einreise in sein Land, verzichtet aber auf ein Veto gegen den Aufenthalt des gewandelten Revolutionärs in einem anderen Bundesland. Daraufhin erhält Wagner einen preußischen Pass und kann endlich einreisen. In Wien erlebt Wagner zum ersten Mal eine Inszenierung seines Lohengrin auf deutscher Bühne. Vom Publikum stürmisch gefeiert und bejubelt, erhebt er sich nach der Vorstellung in seiner Loge und hält eine Dankesrede. Auch in Weimar wird der verlorene Sohn von seinem Freund Franz List und anderen Künstlerfreunden begeistert empfangen. Im Frühjahr 1862 erhält Richard Wagner auch in Sachsen Amnesty und reist nach Leipzig und Dresden. Doch obwohl er wieder in die Heimat zurückkehren kann, sind auch diese Jahre von zahlreichen Reisen geprägt. In Paris arbeitet er weiter an den Meistersingern und auch nach Wien zieht es ihn immer stärker. Hier lässt er sich schließlich nieder, um die Aufführung von Tristan und Isolde vorzubereiten. Obwohl Richard Wagner vor allem durch seine Konzerte in Russland über ein beträchtliches Vermögen verfügt, um seinen Hausstand in Wien einzurichten, ist er ohne Hausfrau nicht in der Lage, mit dem Geld sorgsam zu wirtschaften. Stattdessen stürzt er sich in ständig wachsende Unkosten. Als schließlich Tristan und Isolde nach zahllosen Proben als unaufführbar vom Spielplan gestrichen wird, kann sich Wagner vor Schulden nicht mehr retten. Enttäuscht und gedemütigt flüchtet Wagner zunächst zu Freunden in die Schweiz und findet schließlich Unterschlupf in Stuttgart, wo er im April 1864 eintrifft. Doch so hart das Schicksal Wagner wieder einmal getroffen hat, so unglaublich scheint die Wende zum Guten, die der Schmach auf dem Fuße folgt. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Stuttgart erhält Richard Wagner Nachricht von König Ludwig II. von Bayern, der sich als glühender Verehrer der wagnerischen Kunst zu erkennen gibt und den Komponisten zu einer Audienz nach München bittet. In einem Brief verantwortet Richard Wagner dem König von Bayern unverzüglich mit folgenden Worten. Teurer, hultvoller König, diese Tränen himmlischster Rührung sende ich Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass nun die Wunder der Poesie wie eine göttliche Wirklichkeit in mein armes, liebebedürftiges Leben getreten sind. Und dieses Leben, sein letztes Dichten und Tönen gehört nun Ihnen, mein gnadenreicher junger König. Verfügen Sie darüber als über Ihr Eigentum. Im höchsten Entzücken, treu und wahr, Ihr Untertan Richard Wagner. Am 4. Mai 1864, kurz vor seinem 51. Geburtstag, tritt Richard Wagner vor König Ludwig II. von Bayern, einen hochgewachsenen und außergewöhnlich schönen jungen Mann von 19 Jahren. Diese Begegnung ist der Beginn einer intensiven, fast könnte man sagen leidenschaftlichen Beziehung zwischen dem jungen Monarchen und dem großen Künstler. So redet Ludwig in seinen Briefen den Komponisten beispielsweise mit glühend geliebter oder himmlischer Freund an, während Wagner nicht minder leidenschaftliche Anreden wie Lieber, Treuer, Einziger verwendet. Von nun an wird Richard Wagner mit königlichen Gaben überhäuft und seine finanzielle Not ist für immer vorbei. Er bezieht ein Haus in der Briennastraße in München und verfügt über ein weiteres am Stamberger See, unweit des königlichen Schlosses Berg. Doch nicht nur die Liebe des Königs wird Richard Wagner in dieser Zeit zuteil, auch eine neue Frau tritt in sein Leben. Cosima von Bülow. Bereits bei einem Besuch bei seinem Freund Franz List in Paris im Jahre 1853 hat Richard Wagner erstmals dessen Tochter Cosima erblickt. Das Mädchen war damals 16 Jahre alt und Wagner lebte in Zürich im Exil. Als Richard Wagner zehn Jahre später wieder in seine Heimat zurückkehren, trifft er auch dessen Tochter Cosima wieder, die inzwischen mit Hans von Bülow verheiratet ist. Im November 1863 nimmt das Verhältnis Richard Wagners mit Cosima von Bülow seinen Anfang. Es ist seine dritte Beziehung mit einer verheirateten Frau, doch diesmal ist die Verbindung stärker als die widrigen Umstände. Cosima von Bülow zieht am 29. Juni 1864 mit ihren beiden Töchtern Daniela und Blandine in Wagners Landhaus am Starnberger See. Offiziell hat Wagner das Ehepaar von Bülow zu sich berufen, um bei den Vorbereitungen für Tristan und Isolde mitzuwirken. Noch ist die Affäre geheim, doch dem engeren Umfeld der Liebenden bleibt sie nicht lange verborgen. Hans von Bülow, ein ehemaliger Schüler und überzeugter Anhänger des Werks von Richard Wagner, trägt sein Schicksal mit Fassung und bleibt seinem Meister treu ergeben. Als Tochter von Franz List und der Gräfin Dago weiß die junge Cosima wenig mit sozialistischen Theorien und Atheismuslehren anzufangen. Vormärz und die Revolution von 1848 haben für sie keinerlei Bedeutung. Es verwundert daher nicht, dass durch die enge Beziehung mit ihr im politischen Weltbild Richard Wagners nun die Elemente des Aristokratismus, des Elite- und Ungleichheitsdenkens immer stärker hervortreten. Materialismus und Sozialismus werden dagegen immer mehr zurückgedrängt und auch Schopenhauer passt nicht wirklich zu Cosimas Weltanschauung. Stattdessen geht ein gewisser Graf Gobineau bei den Wagners ein und aus, der durch ein Essay über die Ungleichheit der menschlichen Rassen von sich reden macht. Am 10. April des Jahres 1865 wird das erste Kind von Cosima von Bülow und Richard Wagner geboren. Es ist der Tag der ersten Münchner Orchesterprobe für die Aufführung des Tristan und das kleine Mädchen wird bezeichnenderweise auf den Namen Isolde getauft. Als Minna Wagner, mit der der Komponist immer noch verheiratet ist, im Januar 1866 in Dresden an den Folgen ihrer schweren Erkrankung stirbt, ist der Weg für eine legale Verbindung zwischen Cosima von Bülow und Richard Wagner endlich frei. Nur wenige Monate später, am Ostermontag des Jahres 1866, genau neun Jahre nachdem er das Asyl auf dem grünen Hügel der Wesendongs verlassen hat, bezieht Richard Wagner mit Cosima von Bülow eine Villa in Triebschen bei Luzern auf einer Halbinsel des Vierwaldstättersees. Hier wird im Februar 1867 seine zweite Tochter Eva geboren und hier vollendet er die Meistersinger von Nürnberg. Am 21. Juni 1868 findet in München die Uraufführung der Meistersinger von Nürnberg statt und löst einen Sturm der Begeisterung aus, der um die ganze Welt geht. Auch die Uraufführung des Rheingold im September 1969 ist ein Erfolg. Das Leben mit Cosima und der neue Wohnsitz in Triebschen bringen endlich Beständigkeit in Wagners Leben und in seine Arbeit. Als im Juni 1869 das dritte Kind, ein Sohn mit Namen Siegfried, geboren wird, bittet Cosima ihren Gatten Hans von Bülow um die Scheidung. Von Bülow willigt ein und ein Jahr später, am 25. August 1870, wird der Bund der Ehe zwischen Richard Wagner und Cosima von Bülow geschlossen. In einem Brief, den Richard Wagner rund zehn Jahre später an König Ludwig schreiben wird, beschreibt er die Bedeutung seiner Begegnung mit Cosima in folgenden Worten. Oh, dieses Glück noch gefunden zu haben! Und sich doch mit einem gerechten Stolze sagen zu dürfen, dass wirklich nichts Geringeres als ein allerholdester König und ein Weib wie das meinige es sein mussten, die mich nicht nur dem Leben, sondern der Krönung meines Daseins erhielten. Triebschen. Ein regelmäßiger Gast der Wagners ist seit Mitte des Jahres 1869 auch Friedrich Nietzsche, der zu jener Zeit als Professor in Basel tätig ist. Wagner arbeitet zu diesem Zeitpunkt unermüdlich an der endgültigen Fertigstellung des Nibelungenrings. Nachdem die musikalische Arbeit am Siegfried abgeschlossen ist, widmet er sich der Götterdämmerung. In der Zwischenzeit wird die Walküre im Juni 1870 in München uraufgeführt. Sozusagen als kleines Intermezzo während dieser Zeit der großen Kompositionen schreibt Richard Wagner das Siegfried-Idyll, das im Dezember 1870 zu Cosimas Geburtstag unter Wagners persönlicher Leitung im Treppenhaus zu Triebschen uraufgeführt wird. Auf den deutsch-französischen Krieg folgt im Januar 1871 unter Bismarcks Regie die Verkündung des Deutschen Kaiserreichs. Während Wagner im März desselben Jahres seinen Kaisermarsch vollendet, gehört die zweite Hälfte von 1871 dem zweiten Akt der Götterdämmerung. Schließlich im April des Jahres 1872 sind sämtliche Werke Richard Wagners, die er zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten an den unterschiedlichsten Orten und unter unterschiedlichsten Einflüssen begonnen hatte, vollendet. Für Wagner ist dies der perfekte Zeitpunkt, einen Ort zu suchen, wo er sich nicht nur für den Rest seines Lebens niederlassen kann, sondern wo er außerdem ein eigenes Festspielhaus nach seinen Vorstellungen bauen will. Am 24. April 1872 trifft Richard Wagner in Bayreuth ein und die Grundsteinlegung für das Festspielhaus erfolgt am 22. Mai, dem 59. Geburtstag des Komponisten. Bayreuth Die folgende Zeit gehört ganz allein den Plänen Wagners für sein Festspielhaus. Bereits für das Jahr 1873 hat er die ersten Bayreuther Festspiele mit einer Gesamtaufführung des Nibelungenrings angekündigt. Von den städtischen Behörden erhält er volle Unterstützung für seine ehrgeizigen Pläne. Auch für sein eigenes Wohnhaus erwirbt Richard Wagner einen Bauplatz in Bayreuth. Es entsteht die Villa Warnfried. Das Bayreuther Festspielhaus ist nach Richard Wagners Plänen erstmals mit einem unsichtbaren Orchestergraben ausgestattet. Das Orchester ist hier mit einer Verblendung zum Publikum hin abgeschirmt. So soll allein die dramatische Handlung auf der Opernbühne im Blickpunkt der Zuschauer stehen, während das Orchester unsichtbar bleibt. Eine weitere Neuerung ist die außergewöhnliche Klangqualität. Die besondere Akustik des Bayreuther Festspielhauses beruht neben der Konstruktion des Orchestergrabens auf der Tatsache, dass es sich um einen Holzbau handelt, dass der Zuschauerraum keine Logen an den Seiten hat und die Sitze ungepolstert sind. Die Idee zu diesen ungewöhnlichen Maßnahmen war Richard Wagner einst in Riga gekommen, wo er in einer Art Scheune dirigieren musste. So sehr ihn dieser Umstand seinerzeit empörte, so begeistert war er aber gleichzeitig von der sensationellen Akustik. Bereits am 2. August 1873 wird das Richtfest des Festspielhauses zu Bayreuth gefeiert. Dennoch dauert es drei weitere Jahre, bis tatsächlich die ersten Bayreuther Festspiele im August 1876 stattfinden. 28 Jahre nach der ersten Konzeption des Nibelungenmythos, die Wagner 1848 mit dem Titel Entwurf zu einem Drama niederschrieb, wird die Tetralogie endlich erstmalig in ihrer Gesamtheit im Bayreuther Festspielhaus aufgeführt. Kaiser Wilhelm I. ist persönlich anwesend und neben ihm zahlreiche fürstliche Gäste. Auch die Weggefährten Wagners aus unterschiedlichen Lebensempochen sind an seiner Seite, so zum Beispiel die Wesendongs und Franz List. Wagner empfängt König Ludwig II., den deutschen Kaiser, den Kaiser von Brasilien und den König von Württemberg. Daneben nimmt er Glückwünsche und Ehrerbietungen von Fürsten und Künstlern aus aller Welt entgegen. Spätestens in diesem Moment zeigt sich deutlich, wie weit sich Richard Wagner von seinen ursprünglichen revolutionären Ideen und damit vom Volk selbst entfernt hat. Vor allem Nietzsche erkennt, dass ihn nur noch wenig mit dem einstigen Freund aus Triebschen verbindet. Als er eines Tages das Triumphlied von Brahms auf Wagners Notenpult legt, wirft es dieser wütend beiseite. Er duldet keine anderen Götter neben sich. Letzte Jahre in Italien Da sein Gesundheitszustand inzwischen nach einem milden Klima verlangt, hält sich Richard Wagner die meiste Zeit des Jahres in Italien auf. In Sorrent kommt es im Jahre 1867 zu einem letzten Treffen mit Nietzsche. Zu dieser Zeit arbeitet Wagner an der Fertigstellung des Parsival und versucht Nietzsche die Bedeutung, die das christliche Abendmahl von jeher in seinem Empfinden besessen hat, darzulegen. Über den theologischen Streit kommt es zum endgültigen Bruch mit Nietzsche. In der folgenden Zeit widmet sich Richard Wagner ganz und gar dem Parsival, den er bereits als sein Abschlusswerk ansieht. Im Juli 1877 vollendet er den Text und im Mai 1879 die Komposition. Am 3. Mai 1879 berichtet er in einem Telegramm an König Ludwig II. wie folgt. 3. Mai Die Uraufführung des Parsival findet am 26. Juli 1882 im Bayreuther Festspielhaus statt und wird vom Münchner Kapellmeister Hermann Lewy geleitet, den Wagner allen Gedanken über das Judentum in der Musik zum Trotz nach Bayreuth holt. 16 Aufführungen des Parsival finden im Bayreuther Festspielhaus statt und der gesellschaftliche Rahmen entspricht dem Niveau der ersten Festspiele von 1876. In der letzten Aufführung begibt sich Richard Wagner vom Publikum unbemerkt in den Orchestergraben, um den Schlussakt selbst zu dirigieren. Wie er selbst später festhält, ist er danach sehr traurig und von Todesahnung erfüllt. Nur wenige Monate später, im September 1882, tritt Richard Wagner seine letzte Reise nach Italien an. Im Palazzo Vendramin zu Venedig bezieht er das obere Stockwerk mit 18 Zimmern. Auch Franz List verbringt den Winter mit der Familie in Venedig. Hier erliegt Richard Wagner am Nachmittag des 13. Februar einem schweren Herzanfall. Nur einen Monat zuvor hat Franz List das Winterdomizil verlassen, um nach Budapest zu reisen. Zum Zeitpunkt seines Todes liegt auf dem Schreibtisch des Dichters und Komponisten ein angefangenes Manuskript mit dem Titel »Über das Weibliche im Menschen«. Die letzten Sätze Wagners führen zurück zu seinen Anfängen, in die sinnliche Welt der Jungdeutschen und der Emanzipation der Frau und zu seinem ersten Werk, dem Liebesverbot. Mit einem feierlichen Zug und königlichen Ehren wird Richard Wagners Leiche von Italien nach Deutschland gebracht. An der bayerischen Grenze überreicht ein Beauftragter Ludwigs die Grenze des Königs, in München wartet eine unglaubliche Menschenmenge und in Bayreuth wird der feierliche Zug von der ganzen Stadt empfangen und nach Warnfried geleitet. Hier erwarten die Kinder Wagners bereits den Sarg. Weder König Ludwig noch Franz List noch Cosima Wagner nehmen an der Beisetzung Richard Wagners im Garten der Villa Warnfried teil. Als Cosima Wagner fast 50 Jahre später am 1. April 1930 stirbt und an der Seite ihres Mannes im Garten von Warnfried beigesetzt wird, ist die Welt des 19. Jahrhunderts und damit auch die Welt des Richard Wagner längst vergangen. Doch Wagner selbst und sein Werk, das Werk eines einzigartigen Künstlers, lebt bis heute weiter.